Kapitel 23 Die kleine Weihnachtsvorfeier, die mit einem Geplauder am Kamin, Grundwig war das Hauptthema gewesen, abgeschlossen hatte, hatte sich bis ins Dunkelwerden hingezogen und die sechste Stunde war schon vorüber, als man aufbrach, nachdem sich die Prinzessin kurz vorher in ihre Gemächer zurückgezogen. Holp begleitete wieder das Schleppe-Greltsche-Paar, diesmal aber bis in die Stadt selbst hinein und kehrte erst, nachdem er zugesagt hatte, bei nächster freier Zeit einen Besuch im Pfarrhause machen und da selbst Schleppe-Greltsammlungen besichtigen zu wollen, in sein Turmzimmer zurück, um hier im Laufe des Abends verschiedene Briefe zu schreiben. An Asta, an Axel, an die Dobbschütz. Von dieser letzteren waren am voraufgegangenen Tage, fast unmittelbar vor Aufbruch des Prinzesslichen Hofes nach Fredericksburg, einige Zeilen eingetroffen, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass Christine nicht schreiben könne, weil sie krank sei. Dass diese Mitteilung einen großen Eindruck auf ihn gemacht hätte, konnte nicht behauptet werden. Erkannte seiner Frau Wahrheitsliebe, trotzdem sagte er, sie wird verstimmt sein und das heißt dann Krankheit. Wenn man will, ist man immer krank und erfreut sich des Vorzuges, jede Laune rechtfertigen zu können. Der andere Morgen führte wieder einen klaren und wolkenlosen Tag herauf. Kein Wind ging, und Holk, der sich in der Mittagsstunde zum Dienst zu melden hatte, saß in Nähe des Fensters und sah nach dem Hilleröder Kirchturm hinüber, dessen Wetterhahn in der Sonne blitzte. Still lagen die Häuser da, die Dächer blink und blank, und wäre nicht der Rauch gewesen, der aus den hohen Topfschauensteinen aufstieg, so hätte man glauben können, es sei eine verwunschene Stadt. Nirgends Menschen. In solcher Stille zu leben, sprach er vor sich hin, welch Glück. Und als er sich dann vergegenwärtigte, dass Holkenäß dieselbe Stille habe, setzte er hinzu, Ja, dieselbe Stille, aber nicht denselben Frieden. Wie beneidenswert dieser Pastor. Er hat seine Gemeinde, seine Steingräber und seine Moorfunde, den Herr Luftrollen ganz ungerechnet und lässt die Welt draußen ihren Gang gehen. Hilleröth ist seine Welt. Freilich, wer will sagen, was in ihm vorgeht. Er scheint so ruhig und abgeklärt, so ganz in Frieden, aber ist erst, wenn es wahr ist, dass drei Prinzessinnen hintereinander wech, oder vielleicht auch a tempo, sich in ihn verliebten, so will mir solch Idyll als Ausgang von dem allem doch als ein fragliches Glück erscheinen. Eine Prinzessin zu heiraten ist freilich ein noch viel fraglicheres, Aber wenn man's klug unterlässt und als einzigen Lohn seiner Klugheit nichts hat als solche Hilleröder Kleinstädterei, so muss einem doch immer sowas wie Sehnsucht bleiben. Eine prächtige Frau, diese kleine, dicke Kugel von Pastorin, aber ganz unangetan, einen Mann wie Schleppe Grell seine Vergangenheit vergessen zu machen. Zuletzt hat doch jeder seine Eitelkeit, und Pastoren sollen in diesen Punkten nicht gerade die Letzten sein. Er fantasierte noch eine Weile so weiter und ging bei der Gelegenheit noch einmal alles durch, was ihm der gestrige Tag, abgesehen von der kleinen Festlichkeit bei der Prinzessin, an Bildern und Erlebnissen gebracht hatte. Den Spaziergang auf Fredensburg zu, in das flache Fährboot mit seinem ausgespannten Seil, daran man sich über den Parkgraben ans andere Ufer zog, den wundervollen Blick auf die Rückseite des Schlosses mit seinem Steildach und seinen Türmen und endlich den Muldenstein und das Gespräch mit Ebba. Ebba spricht doch nicht liebevoll genug von der Prinzessin und ist mir darin wieder ein rechter Beweis, wie schlecht sich Esprit und Dankbarkeit vertragen. Ist ihr etwas Pikantes auf der Zunge, so muss es heraus, und die Pietät wird zu Grabe geläutet. Die Stockholmer Geschichte, nun, von der will ich nicht reden, die mag auf sich beruhen, wie wohl auch da viel Grund zur Dankbarkeit vorliegen mag. Aber auch jetzt noch, alles, was die Prinzessin sagt oder tut, ist eine Verwöhnung, und Ebba nimmt es hin, nicht bloß als selbstverständlich, sondern als wäre sie der Prinzessin überlegen. Und das ist sie nicht, die Prinzessin ist nur von einer schlichteren Ausdrucksweise, »Wie gut war das all wieder, was sie gestern, aus der Fülle der Erfahrung, über den alten Grundwig sagte, wobei mir einfällt, dass ich daraus eine gute Nachricht für meinen Brief an die Dopschütz machen könnte. Der Brief ist ohnehin etwas mager ausgefallen.« Und während er das sagte, nahm er seinen Platz an dem rechts neben dem Fenster stehenden Schreibtisch und schrieb auf die noch leer gebliebene Seite, »Noch eine kleine Nachschrift, meine liebe Dopschütz, unter unseren gestrigen Gesprächen bei der Prinzessin war auch eines über Grundwig. Schleppegrell hatte nicht übel Lust, einen halben Heiligen aus ihm zu machen, woran ihn natürlich ironisch Penz und die Rosenberg unterstützten. Die Prinzessin aber nahm die Sache ganz ernsthaft, fast so ernsthaft, die Schleppegrell, und sagte, »Grundwig ist ein bedeutender Mann und so recht angetan, ein Dänenstolz zu sein. Aber einen Fehler hat er doch, er muss immer etwas Erpachtes haben und sich von dem Rest der Menschheit, auch selbst der Dänischen, unterscheiden. Und wie wohl ihm nachgesagt wird, er stelle Dänemark so hoch, dass er ganz ernsthaft glaube, der liebe Gott spreche Dänisch, so bin ich doch sicher, dass er von dem Tag an, wo dies ganz allgemein feststände, mit allem Nachdruck behaupten und beweisen würde, der liebe Gott spreche Preußisch. Grundwig kann nicht ertragen, mit irgendjemandem in Übereinstimmung zu sein. Hieraus, liebe Dopschütz, spricht ganz und gar der Ton unserer Tisch- und Abendunterhaltungen, und ich füge diese kleine Geschichte meinen Briefe mit allem Vorbedacht hinzu, weil ich weiß, wie sich Christine für Pastoralanekdoten und theologische Streitigkeiten interessiert. Und die Frage nach der Intimsprache Gottes kann vielleicht dafür gelten. Nochmals die herzlichsten Grüße. An Christine schreibe ich morgen, wenn auch nur einige Zeilen. Er kuvertierte nun diesen Brief an die Dopschütz, zugleich die beiden anderen, an Asta und Axel, und war eben damit fertig, als es klopfte. Herein! Aber das Klopfen wiederholte sich nur, so dass Holk aufstand, um zu sehen, was es sei. Draußen stand Karin, die Verlegen vor sich hinsah, trotzdem Verlegenheit zu den Letzten ihrer Eigenschaften zählte. Sie händigte Holk einige Zeitungen und Briefe, die der Postbote, der sehr eilig gewesen, um Zeitersparnisses Willen unten beim gnädigen Fräulein mit abgegeben habe. Das gnädige Fräulein lasse sich dem Herrn Grafen empfehlen und habe vor, mit Baron Penz einen Spaziergang zu dem Stein im Park zu machen. Der Herr Graf wüssten schon, bis zu welchem Stein. Holk lächelte, ließ sich entschuldigen und nahm dann seinen Platz wieder ein, um zu sehen, was die neueste Post gebracht habe. Die Zeitungen, die bei der momentan herrschenden politischen Windstille wenig versprachen, schob er beiseite und musterte dabei schon die Handschriften der eingetroffenen Briefe. Sie ließen sich alle leicht erkennen. Das war die des alten Petersen, das die seines Gärtners und diese hier die Handschrift Arnes seines Schwagers. Der Poststempel Arneweg bestätigte nur. Von Alfred? Was will er? Er fasst doch sonst die Machtvollkommenheiten seiner Maja Domus schafft weitgehend genug auf, um mich durch Anfragen nicht groß zu stören. Und ein wahres Glück, dass er so verfährt und überhaupt so ist, wie er ist. Ich habe nicht Lust, hier mich um Wollpreise zu kümmern oder um die Frage, wie viel Fetthämmel nach England verladen werden sollen. Das ist seine Sache bzw. Christinens und beide verstehen es außerdem viel besser als ich. Die Arnes waren immer Agrikulturgrößen, was ich von den Holks eigentlich nicht sagen kann. Ich meinerseits habe immer nur den Anlauf dazu genommen, also was will er? Aber wozu mir den Kopf mit Vermutungen zerbrechen? Und dabei nahm er den Brief und schnitt ihn mit einem kleinen Elfenbeinmesser auf, aber langsam, denn er stand unter einem Vorgefühl, dass ihm der Brief nicht viel Erfreuliches bringen werde. Und nun las er, Lieber Holk, ich unterlasse es, wie du weißt, grundsätzlich, dir in deinen Kopenhagener Tagen mit wirtschaftlichen Angelegenheiten aus Holkenäß beschwerlich zu fallen. Es war auch bisher nie nötig, da dein liebenswürdiger Charakter es leicht macht, an deiner Stelle zu regieren. Du hast nicht bloß die glückliche Gabe, mit dem, was andere tun, einverstanden zu sein, sondern die noch glücklichere, wenn der Ausnahmefall mal eintritt, fünf gerade sein zu lassen. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich schreibe dir auch heute nicht um brisanter wirtschaftlicher Dinge willen und habe noch weniger vor, ganz allgemein, auf meine Lieblingspläne zurückzukommen, die, wie du weißt, dahingehend lieber Schorthorns als Oldenburger, die Milchwirtschaft hat sich überlebt und lieber Southdowns als Rambouillet. Was soll uns noch die Wollproduktion? Ein längst überwundener Standpunkt, der für die Lüneburger Heide passen mag, aber nicht für uns. Der Londoner Kettlemarkt, der allein ist es, der für Güter wie die unsrigen in Betracht kommt. Miet, Miet, aber nichts mehr davon, ich schreibe dir wegen wichtigerer Dinge, wegen Christine. Christine, wie dir die Dobbschütz schon mitgeteilt haben wird, ist leidend, ernst und nicht ernst, wie du es nehmen willst. Sie braucht weder nach Karlsbad noch nach Nizza geschickt zu werden, aber doch ist sie krank, krank im Gemüt und daran, lieber Holk, bist du schuld. Was sind das für Briefe, die du nun schon seit sechs Wochen schreibst oder fast ließe sich sagen, auch nicht schreibst? Ich verstehe dich nicht und wenn ich dir von Anbeginn unserer Freundschaft an immer vorgeworfen habe, du kenntest die Frauen nicht, so muss ich jetzt alles Scherzhafte, was ich früher bei dieser Bemerkung mit einmischte, daraus streichen und dir im bittersten Ernste sagen, du verstehst die Frauen wirklich nicht. Am wenigsten aber deine eigene, meine teure Christine. Unsere teure Christine wage ich bei der Haltung, die du zeigst, kaum noch zu sagen. Ich sehe nun freilich deutlich, wie du hier ungeduldig wirst und nicht übel Lust hast, gerade mich als den Anstifter und Begründer all der Behandlungssonderbarkeiten zu verklagen, in denen du dich seit deiner Abreise von Holkenes mit ebenso viel Virtuosität wie Konsequenz ergehst. Und wenn du dich mir und meinen früheren Ratschlägen gegenüber durchaus auf deinen Schein stellen willst, so kann ich dir ein bestimmtes Recht dazu nicht absprechen. Ja, es ist richtig. Ich habe dir mehr als einmal zu dem Wege geraten, den du nun eingeschlagen hast. Aber, mein lieber Schwager, muss ich dir zurufen, es modus in rebus, muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass in all unserem Tun das Maß entscheidet und dass der klügste Rat, pardon, dass ich den Meinigen darunter zu verstehen scheine, sicherlich in sein Gegenteil verkehrt wird, wenn der, der ihn befolgt, das richtige Maß nicht hält und den Bogen einfach überspannt. Und das hast du getan und tust es noch. Ich habe dich beschworen, Christinens Eigenwillen gegenüber auf der Hut zu sein und ihrem Herrscher gelüste, das sich hinter ihrer Kirchlichkeit verbirgt und zugleich immer neue Kraft daraus saugt, energisch entgegenzutreten und ich habe dir so ganz nebenher auch wohl den Rat gegeben, es mit Eifersucht zu versuchen und in deiner Frau meiner geliebten Schwester die Vorstellung zu wecken, auch der sicherste Besitz sei nicht unerschütterlich sicher und auch der beste Mann könne seine schwache Stunde haben. Ja, lieber Holk, in diesem Sinne habe ich zu dir gesprochen, nicht leichtfertig, sondern, wenn mir der Ausdruck gestattet ist, aus einer gewissen pädagogischen Erwägung und ich bedauere nichts davon und habe auch nicht nötig, irgendetwas davon zurückzunehmen, aber was hast du nun in Anwendung dieser, glaube ich, richtigen Sätze tatsächlich daraus gemacht? Aus Prickeleien, die vielleicht gut gewesen wären, sind Verletzungen, aus Nadelstichen sind giftige Pfeile geworden und was schlimmer ist als alles, an die Stelle einer gewissen Zurückhaltung, in der man den Kampf und die Mühe der Durchführung hätte ansehen müssen, an die Stelle solcher Zurückhaltung ist Nüchternheit getreten und ein nicht immer glückliches, weil forciertes Bestreben, diese Nüchternheit hinter Stadtklatsch und Hofklatschgeschichten zu verbergen. Ich habe deine Briefe gelesen, es waren ihre nicht allzu viel und keinen einzigen traf der Vorwurf, zu lang gewesen zu sein, aber die Hälfte dieser wenigen beschäftigt sich mit der märchenhaften Schönheit, der doch mindestens etwas sonderbaren Frau Brigitte Hansen und die zweite Hälfte mit den Geistreichigkeiten des ebenfalls etwas sonderbaren Fräulein Ebber von Rosenberg. Für deine Frau, deine Kinder, hast du während dieser langen Zeit keine 20 Zeilen gehabt, immer nur Fragen, denen man abfühlte, dass sie nach Antwort nicht sonderlich begierig waren. Ich glaube, lieber Holk, dass es genügt, dich auf all das einfach aufmerksam gemacht zu haben. Du bist zu gerecht, um dich gegen das Recht der hier vorgebrachten Klage zu verschließen und bist zu gütigen und edlen Herzens um, wenn du das Recht dieser Klage zugestanden hast, nicht auf der Stelle für Abhilfe zu sorgen. Die Stunde, wo solcher Brief auf Holkenäß eintrifft, wird zugleich die Stunde von Christinens Genesung sein. Lass mich hoffen, dass sie nahe liegt, wie immer, dein dir treu und herzlich ergebender Schwager, Alfred Arne. Holk war so getroffen von dem Inhalt dieses Briefes, dass er darauf verzichtete, die beiden anderen zu lesen. Peterson schrieb vielleicht Ähnliches. Zudem war die Stunde da, wo er bei der Prinzessin erscheinen musste, vor der er ohnehin fürchtete, seine Erregung nicht recht verbergen zu können. Und er wäre auch wirklich damit gescheitert, wenn bei seinem Erscheinen alles wie sonst und die Prinzessin bei freiem Blick gewesen wäre. Dies war aber nicht der Fall, weil der Prinzessin selber inzwischen ein Brief zugegangen war, der ihr Gemüt gefangen nahm und ihr die Fähigkeit raubte, sich um Holks Benommenheit zu kümmern.